Einen wundervollen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Assembler. Heute wollen wir eine Zahl ausgeben. So, wir kennen jetzt aus den meisten Hochsprachen, naja, ist eigentlich relativ einfach, wir geben einfach eine Zahl aus. Das heißt, wir würden hier sowas machen wie Dollar 1 oder sowas oder einfach nur 1 reinschreiben. So würden wir das gerne haben im Fall von Assembler. Ist das leider so nicht ganz so einfach möglich. Wir werden es uns einfach mal ganz kurz angucken, was passiert, wenn wir das Ganze kompilieren hier. Kommt nämlich als allererstes mal ein Fehler. Junk at the end of line. First unrecognized character ist Dollar. Das liegt daran, dass wir hier eben ein ASCII angegeben haben und ASCII bedeutet, das sind Buchstaben, die sozusagen kodiert sind. Das heißt, die Kodierung von ASCII könnt ihr euch gerne mal angucken. Also, die sagt, hey, warte mal, 1 ist nicht gleich 1, sondern 1 ist, ähm, als, oder besser gesagt, hier, ich mach mal so, ist ungleich. Ähm, die 1 ist eher in normalem Dezimalsystem 49 bzw. Hexadezimal sogar nochmal was völlig anderes, nämlich 0x31. Das heißt, die 1 ist leider nicht ganz die 1, ne? Das heißt, wir können nicht einfach hier sagen, wir wollen das jetzt ausgeben. Sondern, was wir stattdessen machen können, ist, wir hacken uns sozusagen das Ganze zusammen. Ähm, was man so eigentlich, ja, was man so nicht erwarten würde, wir müssen hier tatsächlich definieren, das ist der String 1. Das heißt, die Zeichenkette 1. Und, ähm, ja, das ist sehr, sehr unintuitiv. Wir müssen hier trotzdem die Länge angeben. Gut, die Länge könnten wir tatsächlich jetzt auf die Zahl 1 setzen, wenn wir das wollen. Ähm, aber da wir das mit allen Zahlen machen müssen, können wir hier schlechten Message stehen lassen, sondern wir schreiben hier am besten 1 rein. Und, äh, dann sagen wir hier 1 len, sowas. Ähm, genau. Dann müssen wir das hier oben natürlich noch anpassen und sagen hier, wir wollen eine 1 ausgeben und wir wollen 1 len ausgeben. Also, quasi ein Buchstaben. Ähm, genau. Und wenn wir das jetzt ausführen, das funktioniert jetzt, weil das können wir jetzt kompilieren. Ähm, Sekunde, ich glaube, ich habe nicht gespeichert. Ich habe nicht gespeichert. Ja, jetzt können wir es kompilieren und dann schauen wir mal, wo habe ich denn das mit dem NoPi drin? Da ist es. Ähm, geben wir das einfach aus. Und, ja, ihr sehen, hier haben wir jetzt endlich mal eine 1 ausgegeben. Das ist jetzt nicht gerade intuitiv, aber es funktioniert. Und, ähm, so können wir tatsächlich jetzt endlich mal Zahlen ausgeben. Und in diesem Sinne würde ich euch als Übung sozusagen Mini-Hausaufgabe aufgeben, damit ihr das verinnerlicht. Schreibt das ganze Ding fertig. Ihr müsst nicht alle Zahlen machen, sondern schreibt die Zahlen von 0 bis 9 da rein. Und den Rest lässt sich, der lässt sich mathematisch sozusagen berechnen. Wir gehen das nächste Mal durch und gucken uns das an. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.